Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Besonders wichtig für eine pflegte Erscheinung ist schönes Haar. Und darum bieten Ihnen grob eine reichhaltige Palette von erstklassigen Produkten an. Dazu gehören auch die Milch Shampoo von Beldam, die nach der neuesten Erkenntnisse entwickelt worden sind. Für jeden Haartipp gibt es ein entsprechendes Beldam-Shampoo. In der Wirkung unterstützt durch natürliche Kräuterextrakte. Schachtelhalm ist gut für jedes Haar. Taubnässe hilft bei fettigem Haar. Und Klettwurzeln nützt bei Schuppen. Und jetzt darf ich jemanden bei uns hier im Studio begrüssen, der, ich glaube, man kann fast schon sagen, berufshalber muss schönes Haar haben. Es ist die Eveline Glanzmann, Miss Schweiz, 1985-86. Ja, das stimmt. Ich habe sehr viele internationale Verpflichtungen, bedauernd unterwegs und muss trotzdem immer eine einwandfreie Frisur haben. Da ich meine Haare fast jeden Tag waschen muss, brauche ich ein besonders mildes Shampoo, das meine Haare pflegt und sie nicht auslaugt. Eveline, Sie haben jetzt das Beldam-Shampoo ausprobiert. Was ist Ihre Meinung? Ja, ich bin sehr zufrieden damit. Es ist ein wirklich gutes Shampoo. Das sieht man doch. Ich hoffe, man sieht es. Ja, ich glaube, man sieht es. Zusammenfassend möchte ich meinen, das Beldam allein genügt natürlich noch nicht für einen Miss Schweiz-Titel, aber auf alle Fälle ist es der beste Weg zu schönem Haar. Zur Zeit gibt es bei Goob ein grosses Angebot an gellen und roten Grapefraut. Haben Sie schon einmal eine Grapefraut-Confitüre gemacht? Es gibt gar nicht so viel Arbeit, wie Sie meinen, und ist erst noch sehr gut. Ein Kilo Grapefraut gründlich waschen, schellen und die Schale in ganz feine Julienne schneiden. So. Die Julienne 15 Minuten in einem Liter Wasser mit Nägelchen und einem Zimmertstängel köcheln lassen. In dieser Zeit die weisse Haut der Grapefraut abziehen und das Fruchtfleisch in Stückchen schneiden. Diese Stückchen kommen zu der Grapefrautschale. Dann die Zimmertstängel und Nägelchen rausnehmen und die Konfitüre mit Gelierzucker oder Konfitüre, wie die Anweisung auf dem Päckchen zeigt, fertig kochen. Jetzt bleibt es eigentlich nur noch übrig, die Konfitüre in Gläser abzufüllen und dann bei nächster Gelegenheit zum Zmorken zu servieren. Wenn Sie das Rezept gelustet, es steht in der Go-Op-Zeitung von dieser Woche und morgen der ganze Tag im Teletext Seite 270. Das wäre es gewesen für heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir danken für das Zuschauen. Achten Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. In allen Go-Op-Warenhäusern gibt es die Damenunterwäsche in verschiedenen Farben und Dessins zu besonders günstigen Preisen. In allen Go-Op-Läden gibt es den bunten Frühlingsstrauss für nur 4,50. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Go-Op 2x1 Liter Go-Oranchesaft statt 2,80 für nur 2,20. Knorrfleischsuppe oder Hühnerbouillon statt 2,75 für nur 2,20. Zwei Paar Wienerli statt 2,60 nur 2,10. Biancomat phosphatfrei statt 14,50 nur 1,50. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Beutel Brüsseler Schickoré für 1,40. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017